Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde FlatOut Ultimate Canis, der 73. Part. Ja, ich habe den Spielstand nachgestellt. Wir waren ja da, stehen geblieben. Das mache ich später. Und falls ihr mit dem Hintergrund was hört, ich habe mein Bro und seine Frau wieder hier. Uh, dann machen wir den Stream Sprint Cup. So, eine Runde? Was zur Hölle? Alter, das kann gelitten werden. Oh Mann. Eine Runde? Oh Mann. Wieso nur eine Runde, Alter? Das wird doch nichts. Da darf ich ja gar nichts machen. Allem ausweichen muss ich. Das ist ja gelitten. Ich glaube, wir nix falsch machen. Nix falsch machen. Ja, was wollt ihr denn ruhig sein? Oh Mann. Das ist doch blöd. Wieso nur noch eine Runde? Wieso würde ich das schaffen, Alter? Na, ordentlich fahren, du Arsch. Ja, ich versuch doch ordentlich zu fahren. Sehr ruhig. Alter. Was hat der denn da vorne für einen getumten Motor? Jetzt bin ich zwei da. Und ich war es die einzigste Runde, wo man nur eine Runde fahren muss. Wie gelitten ist das denn bitte? Und ich bin zwei. Wie geht's? Ja. Wo ist der? Das ist doch so schwer. Aber ich bin zwei da. Ja, das ist doch so schwer. Wie ist der? Ich bin zwei. Wie ist der? Wie ist der? Genau weiß ich es nicht. Gut. Na? Schon wieder eine... Was? Alter, wie gelitten ist das denn bitte? Das ist ja fast so gelitten, wie der Preis, den sie heranstellen für, ähm... Ja, die Räuchermännchen verlangen. Das ist genauso gelitten. Ich blende das Bild mal hier kurz ein. Zieht euch das mal rein, der Preis, alter. Das ist doch gelitten. Wir gehen hinterher ein. Ähm, das ist doch gelitten, ganz ehrlich. Wer soll denn das bezahlen, bitte? Und das nur für Räuchermännchen, alter. Auf Weihnachtsmarktkristi für ein Zehner oder so. Alter, was? Jetzt drehen die mich hier um. Kann ich auch mal respawn, bitte? Danke. Sorry, das ist ein Mikrobrille, aber... Das nervt. Wenn man respawnen will und das einfach nicht... Dass er das einfach nicht machen will, das... Das können wir machen, aber... Fängt ja super an! Hm, alter! Das geht ja gar nicht. Das ist wirklich gelitten. Was haben die sich bei dem Preis gedacht? Ganz ehrlich. Weil der kriegt ein neues Smartphone für. Das geht. Wolli, manche... Manche gelittene Rammstein-Fans, die bezahlen das auch noch. Na gut, wenn man es hat, ich meine... Warum nicht, aber... Schon wieder das weiter. Aber gelitten ist es allemal. Das ist weiter, alter. Und trotzdem... Oh! Ich lege gleich auf mit Sally Taylor. Schon wieder eine Runde. Eine Runde? Wieso ist sie nur eine Runde, alter? Ach ja, Sprint Cup. Alter, hier ist alle nur eine Runde. Alter, das kann ja richtig gelitten werden. Wo soll denn das enden? Boah, ich frage mich die ganze Zeit, wann kriege ich den Canyon, alter? Weil gut, das ist ja alles... Ihre Klasse ist ja auch bald fertig. Wann soll man den denn kriegen? Ja... Mauer-Sliding. Lasst mich doch mal durch hier, alter. Was ist denn das hier jetzt? Also, gelieb. Ich bin sechster, ja. Das wird doch... Nee, 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 nee. Oh, das wird die kürzeste Rammkasse, die ich je gemacht habe, ja. Also, ich schaff die... Also, ich schaff die Runde nicht. Was geht daneben? Alter! Gibt's doch nicht. Immer diese... Äh... Scheiße, gut auspiepen. Immer diese... Behinderten-Gegner einfach. Alter, du blödes... Mh... Diese scheiß Gegner, ey. Ganz ehrlich. Was soll denn das? Wollen die sich jetzt rächen, weil ich... Weil ich die sonst immer anfahre? Alter, ey. Ich hab' den... Ich hab' den Schuss nicht gehört, ey. Ach... Ich hab' den Schuss nicht gehört, ey. Ach... Mit der Aufnahme versuche ich wenigstens auch... die Rennkasse abzuschließen, aber das wird scheinbar nicht, weil ich hier dauernd... Und irgendwelchen Fahrern angefahren werde und dann... Ähm... Ja, sonst wohin geschleudert werde... Werde und das... Und hier kannst du auch keinen Fehler machen, weißt du? Das ist... Das ist so gelitten einfach. Alter, guckt euch das mal an hier. Das ist doch unfassbar. Ich steh' auf'm anderen Auto drauf gerade. Wie geil sah das denn aus, bitte? Aber immer diese Kurve, ne? Da müsste ich vielleicht mal abbremsen oder so. Dass ich da auch... gut durchkomme. Wär vielleicht... ne Idee. So brengst ich mal kurz ab. Ausweichen wär auch nicht schlecht. Ja, komm ich hier wenigstens durch. Mann, das ist gelitten, ey. Neunter. Zebenter. Fünfter. Vierter. Dritter hab ich schon. Der Erster. Oder wenn ich Erster werde, ne? YOLO. Alter, mach hier nichts falsch, alter. Ein Fehler und ich dreh durch. Ja. Dass ich immer Erster werde, alter. Das ist unfassbar. Wie gilt denn, hört sich das denn an, bitte? Naja. Ich hoffe, das ist so leise, dass man das nie hört. Das ist so leise. Das ist so leise. Das ist so leise. Ja. Das ist so leise. Müsste Downtown nicht eigentlich unterirdisch sein? Heißt ja Downtown, Down ist ja unten, weißt ja. Müsste eigentlich Unterstadt heißen, müsste eigentlich unterirdisch sein, die Stadt. Das wär's ja nicht Downtown. Müsste ja den Overtown heißen, Alter. Scheiße, Scheiße, ich will die Köpfen. Wieso lenkt er da nicht? Alter 6-3, ganz ehrlich. Ich hab die Dritte. 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 Ich hab da so viel Vorsprung. Ich müsste es trotzdem geschafft haben, weil der Ben, der stand ja nicht auf der Abschlussliste. Der hat 3 Sekunden Vorsprung gehabt, Alter. Was hat denn der für ein gezielten Motor gehabt, bitte? Ich hab die Dritte. Ich hab die Dritte. Ich hab' den Katzen. Ich hab' den Katzen. Ich hab' den Katzen. Ich hab' den Katzen geändert. so das haben wir schon mal geschafft ich frage mich immer noch als den canyon ganz ehrliche leute autohändler wenn man da guckt hier kann man noch nicht kaufen warum ich verstehe es nicht geld hätte ich genug ich habe fast das doppelte ich habe sowas doppelte das ist doch blöd gerade mein auto kommt hier nicht vier runden das rennen machen wir noch und dann werde ich den partner beenden und den nächsten machen weil das wird ja das nehme ich an ein stück jetzt auf wie ich ja alles ja wie ich das spiel durchspiele hier gerade war alter wie geflogen sind eben machen die da meine motorgeräusche hier nach oder was ich habe doch im game sound da braucht dann auch die da vorne machen dass da gerade einer auf dem stuhl war mit so mit so einem bügeleisen mit dampfeier manche haben auch lange weide da fragt man sich was haben die leute genommen kann ich jetzt auch die sind gemein die fahren mich überall an hier meine fresse aber noch mache ich jetzt das nicht nochmal mal weil ich habe mich da oben was die gerade gemacht habe ich weiß ich hoffe die musik ist nicht zu laut oder zu leise ich weiß es nicht aber dürfte eigentlich ganz gut sein das hoffe ich jedenfalls weil ich kann das ja nicht ein gespawrentaste danke alter drei runden was mache ich denn nein ich drehe nicht durch das ist also wenn ich das jetzt noch schaffen alter ich noch zwei mit der endrunde 2 aber ein bisschen gelitten ist es schwul warum hole ich überhaupt keiner auf ja alter lass mich doch mal vergesst es ich weiß sogar was ich schon ich weiß nicht ob es hier das cutscene überhaupt gibt zumindest weiß ich schon was ich da sagen kann alter diese blöden erdwelle sag ich mal ich kann mich auch noch mal auf mal auf mal auf mal auf mal auf wäre echt super ich weiß nicht ob ich in der ersten runde kann mir so viel passieren aber kann mir so viel shit passieren ist das man kennt das ja auch man fährt Sachen an fliegt erstmal 300 meter weit weg und wird weggeschleudert das kann immer wieder passieren da habe ich ein bisschen angst boah alter wie weit ist denn der erste schon wieder weg bitte wenn das nicht der wenn das ist bestimmt wieder der Ben der hat bestimmt wieder gezogen oh ja ich würde so gerne alter auf mich anzufahren ist mein arsch so sexy dass du da rein fahren musst natürlich ist das der Ben habe ich richtig geraten wieso hängt die denn schon wieder hinter mir was ist denn das ich fahre doch hier ordentlich was was haben die ja für getunete motoren bitte das ist doch gelitten ich finde auch so ne samtstrecken die sind so ekelhaft einfach ja fahr gut ich werde jetzt noch dritter werden na gut ich habe mal eine runde also Prost Prost hab ich schon gefahren wie die gesenkte Sau aber das ist schon krank guckt euch das mal an hier ist ja krank wundersicht wird noch dritter werden ja die anderen zwei sind noch gezielte Motoren alter ganz ehrlich die sind schon wieder Kilometer weit vorne hier noch eins holen wir ein wunder hier noch eins holen wir ein wunder jetzt hängen die anderen hier noch hinten kleben die die anderen noch am Arsch mal wieder schau mal wieder später coole cooler Stomp eben oh man Nee, das ist doch echt behindert. So. Ich will mal kurz den Part beenden. Wer euch gefallen hat, Daumen nach oben. Um nichts zu verpassen, könnt ihr mich auch abonnieren. Ein Kommentar wäre auch schön. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.